Hallöchen, Hallöchen, da sind wir wieder zurück hier. Und ja, ich weiß nicht, noch nicht, wie es hier funktionieren soll. Ähm, ja, ich blick grad. Wo ist denn da mein Auto hin? Das ist auch so fraglich. Ah, na, hier falle ich, hier falle ich. Ups. Ups. Ups, das wollte ich nicht, okay, das gibt's, es gibt Sensoren, okay. Alles klar, okay, dann muss man hier ein bisschen aufpassen. Sehr gut. Ich brauch ein Auto. Guck mal, hier ist irgendwas. Ah, nee, okay, bin ich nicht stark genug. Okay. Oh, wie geil ist das denn? Kann ich das Auto jetzt nutzen? Na, cool. Okay, dann fahren wir mit dem Einzieher. So. Ich brauch mal, dass wir jetzt richtig waren. Das ist eigentlich auch ziemlich cool gemacht. Ach, stimmt, wir sehen ja in London. Ich war auf der falschen Seite. Das hat's ein bisschen gestockt. Ups. Okay. Wollte ich nicht. War nicht mit Absicht. Oh, da komm ich gar nicht lang. Ups. Okay, wir müssen nach da drüben. Ey, kannst du nicht vor mir kommen hier? Ich hab hochwort hier. Oh, hier vorne ist noch was. Das nimm man da natürlich mit. Das ist nützlich. Äh, das ist hier, ne? Wir gucken, ob das Sicherheitsleute sind. Äh, auf wieder. Okay, alles klar. Das mach ich lieber noch nicht. Ich hab noch keinen großartigen Waffen. So. Und so wird das mir jetzt hier nicht angezeigt. Ich hab Anus außerdem. Geh ich muss hier hin. Wenn du überfordert bist oder eine Verschnaufpause brauchst, kannst du jederzeit deine neuen Teammitglieder bitten, einzuspringen. Du hast die Wahl. Das ist der Vorteil, wenn man zusammen und nicht allein arbeitet. Ah, okay. Ja, ist das denn? Hm, cool. Alles klar. So, dann steigen wir mal aus hier. Und ich muss hier rein. Sperrgebiet, okay? Okay, das ist... Okay, alles klar. Oh, ich bin direkt vor Ort. Theoretisch sollte es mir die AR-Rekonstruktion ermöglichen, Überwachungsdaten aus verschiedenen Quellen zu nutzen, um vergangene Ereignisse nachzustellen. Greife auf ein Datenrelais zu, dann kann ich die Metadaten für dieses Gebiet abrufen. Das ist klar, okay. Das war's. Dann testen wir mal diesen feuchten Traum der Autokraten. Ey, bist du mal hier? Okay, hier war ja noch ober einer. Okay. Okay. Hier ist noch... Hier ist noch mehr. Hör dir Sau. Komm her, ich komm. Hör dir. Hör dir. Okay, sehr nice. So, was ist mein Ziel? Was ist mein Ziel? Okay, wir haben alle ausgeschaltet. Was ist das denn hier? CTOS, AR, Datenrekonstruktion... Scheiße. Die scheiß Zukunft ist jetzt, Bro. Genau, diese super coole Technologie, die ich haben will, brauchen wir unbedingt, um Zero Day zu verfolgen. Scheiße, ich kann sie nicht auf unsere Server klonen. Okay, ich greife hier auf das Netzwerk zu, dann finde ich schon raus, wo wir sie hätten. Okay, alles klar. Alle bin nichtet. Was ist denn hier? Okay. Was ist denn hier hinten? Das da ist der CTOS-Hub. Aha, der SARS setzt diese Technologie in seiner Zentrale ein und ich habe jetzt das Handbuch, wie man das System einrichtet und jetzt verschwinde. Wie willst du ihr Spielzeug stehlen, wenn du in einem ihrer Gulags hockst? Okay, alles klar, wir gehen mal raus hier. Okay, das wollte ich nicht. Würden wir noch retten. Bex, Bro, ich will diese AR-Technologie. Was muss ich dafür tun? Das Programm ist auf einem Server auf dem Dach der SARS-Zentrale. Du musst ihn dir einfach nur schnappen und in ein paar Ballungsräume bringen, damit ich ihn neu auf das DedSec-Netzwerk kalibrieren und meine eigene Version klonen kann. Du meinst, den Server von dem scheiß Dach holen? Ja, geniale Idee. Wir brauchen jemanden mit Zugriff auf eine Fracht- oder Baudrohne, die ihn da runterfliegen kann. Die perfekte Gelegenheit, ein echtes Schwergewicht zu rekrutieren. Wir brauchen also ein Schwergewicht, ja? Was soll das bedeuten? Dann strengen wir mal unsere Gehirnzellen an. Also wer hat denn in London Zugriff auf eine Baudrohne? Vielleicht jemand, der beim Bau arbeitet? Ach, was du nicht sagst, Bax. Das war doch nicht so schwer, oder? In der Nähe ist eine Baustelle. Ich war... Wo ist eine Baustelle? Will ich sehen. Kann man... Ah ja. Ja, perfekt. Ah, okay, cool. Jetzt hier eine Baustelle. Ah, Schnellreisen. Was ist das hier? Weißes sammeln. Hier nichts von einer Baustelle. Hier zu behaupten, dass du dort wahrscheinlich jemanden zum Rekrutieren finden wirst. Hier sind die Koordinaten. Danke. So. Okay. Wieso wird das mir hier nicht angezeigt? Was ist das ätzend? Wenn das hier nicht angezeigt wird. Oh ja. Oh ja. Wir machen das schon. Stimmt, wir sind immer noch in London. Das ist eine sehr gute Frage hier gewesen. Oh, Mädel. Auch ein Mädchen. Nichts gegen Frauen. Aber... Was haben wir denn hier? So eine Frau. Ja. Na ja. Na komm. Du hast mich 19. Nimm mal dich. Du siehst knallhart aus. Denkst du drüber nach, London zurückzuholen? Oh, shit. Du bist von Dedzec, ja? Ihr müsst mir helfen. Wir gucken, was wir tun können. Worum geht's? Ich hab's verkackt. Ich konnte für diesen Medizin-Kram nicht zahlen. Clan Kelly hat mir was geliehen, aber die Zinsen sind so hoch, das kann ich niemals zurückzahlen. Hilft mir da raus, sonst war's das für mich. Gut. Wir haben das im Griff. Okay. Okay. Clan Kelly lässt unseren neuen Freund weiter bluten, wenn wir nichts unternehmen. Diese Baustelle wird von einer Kelly-Untergruppe zur Geldwäsche genutzt, die in Kempten Market operiert. Alle Aufzeichnungen über seine Schulden sind sicher dort gespeichert. Ja, verstanden. Ähm, ja. Okay. Wir laufen allein. Oder es ist weit weg. Es ist weit weg. Auto, herkommen. Na ja, Schrott Auto. Ruhig. So, wir sind ja immer noch in London. Und so auf die andere Seite. Oh. Hier gibt's wieder was. Hier gibt's wieder was. Immer gerne mit. Ich bin mal aussteigen, bitte. Danke. Lass mal hacken hier. Lass mal hacken hier. Äh. 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 Das will ich auch wieder mischen. Äh. Äh. Das ist oben. Äh. 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 wir bürger so hat er ab zu burschen das sind nicht ausgeblendet und so das war das Haus auch nicht die Kellys haben den Ort abgeregelt das Ausmaß dieser Operation ist krank wann ist Clan Kelly nur so gross geworden du suchst ein Terminal oder ein anderes Gerät auf dem Clan Kelly die Schuldaufzeichnungen gespeichert haben könnte alles klar wie mache ich das jetzt eine gute Idee bleib einfach mal hier stehen bleib mal ein bisschen pürmlich hier bist du für die Aufgabe nicht richtig ausgestattet du kannst dein Gerät gegen ein anderes tauschen das besser geeignet ist muss ich aber gar nicht mal vorsichtig hier ach so das brauche ich nicht wie komme ich jetzt da hin irgendwie nach oben glaube ich ich gebe dir noch eine letzte Chance okay ich bin nach oben die kann schon immer in die Deckung gehen die sind sehr viele Leute soo oh soo 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 da unten wieder denn hier da ist die schwache überhaupt haben wir noch andere waffen vielleicht hier hier sind keine mehr hier sind in dem Fall keine mehr ich gehe zwischen den 10 was ist das da oder hier rein ich glaube ich habe ihn sieht nicht gut aus nach der ich bin unter bestand ach schütz schütz handeinkreis schlafen schütz haben die auch die waffen wechseln ne schade das war ein wach für nix Kamera brauche ich eigentlich nicht gut du kannst alle aufzeichnungen über seine schulden löschen damit unser neuer freund seinen hals auf der klaren kelly schlinge ziehen kann brilliant okay muss nicht hoch alles klar und direkt mal alles vernichtet hier nimmt hält dann überhaupt nicht auf dass er dann auf einmal schuttenfrei ist dass hier keiner kommt dass hier keiner kommt transfer abgeschlossen hier ist noch irgendwas schade dass man sich nicht so aussuchen könnte mit waffen können wir eigentlich drücken oder ach so haben wir rekrutiert okay alles gut alles gut bro keine schulden mehr bei clan kelly wir haben deinen arsch gerettet oh cool bro alle behaupten deadfacts sind die bösen aber es sieht nicht danach aus warum trittst du nicht deadfacts bei okay du willst es doch warum nicht bin dabei aber ich möchte dass sie denn ausgeschönt okay geht von automatisch okay okay so geht das auch okay alles klar aber ich würde sagen dann ist die folge auch schon wieder vorbei wenn es euch gefallen hat gerne ein däumchen da lassen wir sehen uns in der nächsten folge bis dann ciao